Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, 5.30 Uhr morgens, herzlich willkommen zum Allcoin Update. Nicht so viele Coins gewünscht, gestern gar nicht so schlimm, haben wir mehr Zeit, um das Ganze wirklich vernünftig zu analysieren. Und von daher, wer Bock hat, morgen nochmal seinen Coin zu sehen, der schreibt das jetzt in die Kommentare und versuche ich das morgen gerne zu machen. Bei Litecoin, was ist denn da passiert? Ja, richtig, gar nichts. Mal wieder gestern 107 angetippt, 107 gescheitert, auf 101 aufgesetzt. Wir befinden uns weiterhin in dieser Range und in dieser Range machen wir im Grunde genommen gar nichts, denn alles ist nur hin und her, Taschen leer. Kein Bock drauf, Tagesclose über 107, Long ab in 111 und danach kommt die super wichtige Marke von 116,50 ungefähr. Wenn wir die auf Tagesbasis rausnehmen, können wir doch mal mit dem Schub rechnen auf 125. Alles, was da drunter liegt, ist natürlich richtig mies. Tagesclose unter 98, wird uns mit Sicherheit in die 93 wahrscheinlich in die Richtung 90 Dollar pushen und ansonsten würde ich hier auch gar nichts machen. Ihr seht das, 4 Stunden Close, noch unter dieser goldenen Linie hier, das wäre mit Sicherheit nicht günstig. 4 Stunden Close unter der Marke von 100 Dollar ab die Fahrt in Richtung 95 und danach 93 XRP. Haben wir gestern noch gesagt, sind wir hier in so einer Triangle Flagge, sollte die nach unten hinbrechen, wäre ich raus. Aber das ging relativ zügig. Das war gestern Abend noch, nachdem wir das Abendupdate gemacht haben, da bin ich rausgegangen, hier irgendwie bei 77,80 oder sowas. Und dann sind wir aufgesetzt auf die grüne Linie, haben die aber zum Glück gehalten, hier 4 Stunden Basis gehalten. Und versuchen jetzt wieder ein Stück hochzukommen, sind an einer leichten horizontalen Resistor. Das seht ihr hier, diese Wicks und diese Kerzenkörper rein. Wenn wir die nach oben hinnehmen, geht es wieder in Richtung 80 Cent, bleiben wir da drunter. Ist natürlich nicht so günstig, geschweige denn, wir kriegen in 4 Stunden Close dann wirklich unter dieser grünen Linie. Das ist 75,8 Cent, dann ab, zurück auf Gold, 73,5 Cent und bricht das nach unten. Ja, das ist eine Tageslinie, das sollte schon halten. Das wäre natürlich deutlich günstiger, wenn uns diese Linie hält. Denn wenn nicht, dann fallen wir natürlich sofort, instant zurück auf 70 Cent. Und wenn 70 Cent mal brechen, sagen wir sehr oft, zwischen 70 und 80 Cent machen wir nichts. Denn das sind die beiden wichtigen Marken. Brechen die 70 Cent nach unten, kann das Ganze auch relativ zügig weiter runterfliegen. Und zwar hier von den 70 Cent sofort runter auf 67 Cent. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass wir hier die 65 Cent wieder sehen. Von daher würde ich wirklich aufpassen, dass wir das nicht unterschreiten. Was macht Cardano? 1,6 Prozent im Plus. Auch hier alles gut, nichts passiert. Weiterhin hier wirklich mit dem Hintern drauf die grüne Linie halten. Bei ungefähr 78,5 Cent brechen die auf Tagesbasis nach unten. Und dann brechen wir mit Sicherheit auch ungefähr auf die 70 Cent hoch. Die vernünftige Long-Möglichkeit besteht eigentlich erst hier ab 85 Cent. Tag ist close drüber, ab in Richtung 92. Da können wir auch mal einen Dollar wieder sehen. Und dort wird sich dann auch hier die Spreu vom Weizen trennen. Sollten wir das mal nach oben hin nehmen, wäre das natürlich ein traumhaftes W. Und dann geht es auch mal auf 1,20 oder 1,40 oder so. Aber das ist ein weiter, weiter Weg. Und von daher machen wir bei Cardano logischerweise jetzt hier noch gar nichts. WeChain 2,2 Prozent im Plus, nachdem wir gestern den Tag mal wieder, mal wieder mit dem Hintern hier auf der 4,4 Cent verbracht haben. Hier genau das gleiche wie bei Cardano. Im Moment nichts tun. Das ist ein Boden. Ja, das kann ein schöner Doppelboden werden. Ja, aber sowas denkt man sich ja öfter. Das ist ein Boden. Ja, ja, das kann ein schöner Doppelboden werden. Bam. Also nicht darauf wetten, dass es ein Doppelboden bleibt, sondern zugucken. Wenn wir den Tages close da drunter kriegen unter der 4,4 Cent, dann geht es runter nochmal so 10 Prozent auf 4 Cent. Und danach vielleicht nochmal die 3,8 antippen, bevor wir hier wieder ansteigen können. Ansonsten der Tages close über 5 Cent. Dann geht es hoch auf 5,5 und von da aus haben wir die Möglichkeit, auch weiter in Richtung Norden zu steigen. Solana hat Nuss, sage ich einfach mal so. Solana hat erstmalig vor drei Tagen den Tages close gekriegt unter der grünen Linie. Das ist diese rote Kerze. Versuch nach oben gescheitert. Versuch nach oben gescheitert. Heute Versuch schon auf die 82 aktuell gescheitert. Ungünstig, ne, wirklich ungünstig, sage ich einfach mal. Das ist der Ausbruch, das ist der Retest, das ist eigentlich der Follow. Wir sind normalerweise in einem Short-Szenario bei Solana. Es sieht nicht gut aus. Wenn wir das hier wirklich nicht nach oben hin brechen können, das ist eine Tagesbasislinie, die 82. Wenn wir die auf Tagesbasis nicht nach oben hin überschreiten. Jo, dann gehen wir hier wirklich nochmal runter auf diese Lows. Das sind die 77. Aber wahrscheinlich erscheint mir die 70 Dollar Marke wirklich wahrscheinlicher. Falls wir wirklich hier unter diesen Punkt drunter ziehen, der letzte A, also unter die 78,50. Da würde ich dann auch nochmal Short gehen und da ein paar Euros mitnehmen, sage ich einfach mal. Oh, Long haben wir vergessen. Aber das ist jetzt auch nicht, das heißt noch nicht, aber ist noch nicht in Sicht. Dann müssten wir ein Tages close kriegen über der 89. Dann können wir das auch vielleicht mal in Richtung 100 reiten. Ansonsten Funken weg. Link hat auch gestern hier mal wieder die grüne Linie angetippt, aufgesetzt, gehalten. Gut, aber das war es auch. Nichts Positives ansonsten zu verzeichnen. Wir brauchen den Tages close hier über der Marke von 13,40 ungefähr. Dann geht es auf 13,80 und wenn die bricht 14 und 14,50. Ansonsten bleibt es auch hier dabei, Tages close unter der grünen Linie ab die Fahrt in Richtung Süden 11,50. Das kann ein richtig schöner Trade werden, aber da sind wir ja jetzt noch nicht angekommen. Was macht Luna? 3,5% wieder im Plus. Auch hier haben wir im Grunde genommen gesagt, hey, dann brechen wir die grüne Linie nach oben. Long Ausbruch nach oben, Retest. Und jetzt warten wir noch auf den Follow, haben wir gestern gesagt. Hier ist die Zeichnung drin. Sollten wir wirklich über diesen Punkt hinausziehen, über die grüne Linie. 92 Dollar ist das Ding wieder long. Ansonsten würde ich natürlich jetzt gerade hier nichts machen bei Luna. Sondern falls wir wirklich jetzt hier langsam ausfletten und ihr seht, diese Pumps, die werden immer weniger. Das war heftig. Das war nicht ganz so heftig wie der erste Anstich und das war wieder ein weniger heftig. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal sowas kriegen, zwar ein Lower High, ein tieferes Hoch als dieses, dann könnten wir wirklich das hier entwickeln. Das erste Anzeichen wäre das Durchbrechen dieser goldenen aufsteigenden Linie. Das wäre mit Sicherheit nicht gut oder kein günstiges Zeichen. Das Durchbrechen der Marke von 84 wird uns sofort zurückführen auf 78. Und sollten wir dann dieses Low hier herausnehmen auf 4 Stunden Basis. Das ist die 76, sagen wir einfach mal grob diese rote Linie. 75, wenn wir die rausnehmen, kriegen wir den Push in Richtung 65. Und wenn wir Pech haben, sogar in Richtung 60 Dollar. Atlas, Mario, kannst du mal Atlas machen? Kann ich machen. Traum auf der Chart, hier sieht alles positiv aus. Tipi-Toppi würde ich sofort einsteigen, auch dick mit Leverage. Denn wir haben von hoch bis zum aktuellen Zeitpunkt ja gerade mal 91% verloren. Geht gut, klar. Also direkt long rein. Achtung, Ironie. Wir haben hier gar nichts. Wir haben hier wirklich gar nichts. Wir haben keine Möglichkeit, irgendetwas Vernünftiges zu sehen. Guckt euch diese beiden Tageslinien an. Die wird sich gehalten und an denen geht es immer weiter straight abwärts. Weiter, 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 weiter. Wenn wir wirklich mal, das sind übrigens Tageslinien. Das könnt ihr hier besser sehen. Überall Auflagepunkte. Auflage selbst hier, Wig dran, aber weiter runter. Und hier unten ebenfalls. Support. Achtung, seitdem ist es Widerstand. Kein Tageskloss runter. Und das geht bis hier unten. Das geht hier immer weiter. Angetippt, angetippt. Und dann weiter runter. Wir brauchen ein Tagesclose über der goldenen Linie und gleichzeitig über einen horizontalen Widerstand. Zum aktuellen Zeitpunkt auf Tagesbasis ist das mal mindestens hier die 2,6 Cent. Vorher würde ich da schon gar nichts sagen. Das ist diese goldene Linie. Auf 4 Stunden Basis kann man vielleicht mal hier reinspringen. Wenn man die 2,48 Cent nach oben hin überwindet, dann habt ihr auch die Möglichkeit, auf diese 2,6 Cent zu kommen. Aber das hier, das muss auf Tagesbasis, auf Tagesbasis nach oben hin überwunden werden. Und dann haben wir die Möglichkeit, in die nächste Grüne zu steigen, bei 2,88 Cent. Und sollte die mal nach oben hin überwinden werden, dann kann es auch mal einen schönen Push geben auf 3,4. Allerdings sehe ich das jetzt gerade nicht. Was ich bei Bitcoin Cash sehe, ist, dass wir weiter hier in diesem Kanal befinden. Und dort machen wir einfach gar nichts. Dann muss ich nochmal die Linien rauslöschen, die auch keine Ahnung haben, wo wir die eingezeichnet haben, vor einer Woche oder sowas. Aber das werdet ihr dann besser erkennen, wenn ich jetzt umschalte auf Tagesbasis. Hier passiert einfach nichts. Wir laufen seitwärts im Endeffekt seit dem 22. Januar. Seit fast 2 Monaten bewegen wir uns in der Range, und zwar von 274 nach 350. Das ist ein Pump und ein Dump und ein Pump und ein Dump und jetzt vielleicht ein Pump, weiß ich nicht. Aber wenn wir auf Tagesbasis mal wirklich das hier rausnehmen sollen, das ist die 275. Wenn wir die nach unten hin rausnehmen, 273. Wenn wir die auf Tagesbasis rausnehmen sollen, boom, 260, 250, 240. Alles in 10er-Schritten abwärts. Sollten wir einen Tages-Close kriegen über der Marke, über diese grüne Linie her, das ist weit entfernt, das ist 313. Aber so ist es nun mal. Das ist für eine wirklich wichtige Marke, 313. Dann haben wir die Möglichkeit, wirklich auf 350 zu gehen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Wenn ich hier irgendwas eher erkennen möchte, dann muss ich mindestens noch trotzdem einen 4-Stunden-Close-Rahmen über der 388. Dann habe ich die Möglichkeit auf 295. Und wenn die bricht, dann auf die angesprochenen 315. Vorher ist hier gar nichts möglich. Das war es für das All-Coin-Update an diesem Morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne einen Like, einen Kommentar für den Algorithmus da. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in diese Trading-Woche, in diesen Montag, in diese neue Arbeitswoche. Macht das Beste, lasst es euch gut gehen und bis heute Abend zur Live-Session.